Musik Ich bin der Timo Boll und ich trete für Borussia Düsseldorf zur fünften und letzten Challenge an. Und die Aufgabe heißt mit links und rechts. Ziel des Ganzen ist es, den Ball mit links und mit rechts, jeweils mit einem Ballkontakt auf jeder Seite. Also der Ball darf nur einmal auf, dotzen auf der Tischhälfte, den möglichst oft innerhalb von 45 Sekunden hin und her zu spielen. Gezählt wird immer die Netzüberquerung. Falls der Ball mal runterspringt, dann geht es weiter. Also gerne wieder mit hochnehmen und weiterspielen. Das zählt in die 45 Sekunden rein. Gespielt werden darf natürlich auf dem Tischtennistisch, auf dem Küchentisch, auf dem Schreibtisch. Alles ganz egal. Als Netz könnt ihr euch auch ein Netz aus Büchern bauen. Möglichst 16 Zentimeter hoch, so ungefähr. Und ja, das sind sozusagen die Regeln. Ihr habt bis zum 27. Mai Zeit, eure Videos einzuschicken. Gebt Gas. Ihr wollt bestimmt besser sein als ich. Weil bei mir geht die Challenge am 29. Mai los. Da sehen wir uns dann. tills. Schlüge, schütz! Schlüge, schütz! Was ist jetzt? Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!